So, jetzt sind wir wieder der hier. Diesmal höre ich nicht nach einem Ding auf, denn eine Viertelstunde ist mir zu wenig. Geht ja sowieso von der Story weiter. Wey! Granaten! Zauberer! Ich kann einfach so abhauen. Tut mir leid, ihre Denkzeit ist um, an wen erinnert es sie nun. Nein! Ich kann einfach so abhauen, dass ich sie nicht nachher. Ich bin nicht nachher. Ich kann auch nicht nachher. Sie haben einen Absatz, einen Blick auf den Kopf. Ich sehe nicht das Problem mit dem Kopf. Wir müssen uns überlegen, den Kopf zu machen. Wenn, wenn wir uns überlegen, die Kopfkunkte, Wir brauchen mehr Hilfe, wir können gute Prognose für die Frontier-Frage. Ich gebe meine Regards zu Commander Eisenberg. Was ist noch ein Puls? Du bist mit Nevik gearbeitet? Du bist mit Nevik gearbeitet? Der Frontier-Projekt ist eine große Herausforderung für die Welt der Terraformen der Welt, um es warm genug für alle Menschen zu leben und Terraformen. Das ist nicht möglich. Ich habe es versucht, um die Welt zu verbreiten und zu bringen Hoffnung zu den Menschen, die auf der Erde leben, für lange Zeit. Wir haben das. Wir fahren aus dem Ereignis. Du bist mit Luca und Rick. Sie verstehen mich. Du solltest ein bisschen resten. Ich setze die Runde am Morgen. Es wird morgen ein schweres Tag sein. Juhu, ich muss die Drecksarbeit machen. Wow. Das war ja mal kurz, ne? Aha. Aha. Irgendwas. Ein falscher Schritt und du stürzt ab. Ach, egal. Ich mach doch immer nur falsche Schritte. Also macht das doch keinen Unterschied. Weeeey. Oh mein Gott, they're Roaches. Pew. 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 Ach, friss Granate. Du auch. Er will keine Granate fressen. Fick dich. Ruck. Ich will nochmal was gucken. Ist sie so? Nein. Ist sie nicht. Naja. Ich hab schon gedacht, das ist wieder irgendwo ne... Ne, so ein verstecktes PDA-Teil. Daher kommen die Deppen alle. Ah. Deswegen ein falscher Schritt. Ich kann die Felsen hier runter plumpsen lassen. Hm. Hm. Die müssen natürlich auch noch kommen. Haha. Hierum kannst du mir nix mehr. Hier. Granate. Kriegst du umsonst. Hm. Ähm. auch toll. Toll. Boom. Granate sofort kaputt. Hm. Puff. Hat mich da was berührt. Boom. Dead dude. Das. Mit dem Knopf. Das Spiel ist zwar schön mit den ganzen... Äh. Mit den schönen Perspektiven wechseln. Aber sobald man gegen einen Schlag macht oder so, bist du sofort wieder in der Third Person. Das macht keinen Unterschied. Wow. 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 Granate. Oh man. Wer wirft hier mit Beinen links? Dieses... Dieses böse, böse Viech. Wieso mach ich nicht denn das? Hm. Da liegt auch wieder jemand Toad. Neue Maschinengebär. Hm. Scheiße. Da kommen wieder Beinen links. Nooo. Oh. Und die sind nicht gerade klein. So. Langsam kriegt das mit den Endhaken ziemlich gut hin. Beep, 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 Beep. Oh. Seht das schon mal geil aus. Was da noch auf mich zukommt. Ähm. Da. Kriegt da. Alles geschenkt. Will ich gar nicht haben. Ach, der macht die Bandings immer da. Brauch ich erstmal keine Sorgen haben. Ich muss Sicht haben. Rein damit. Oh geil. Auch hier kommen sie jetzt schon. Oh. Ping. Na ne. Raketenwäffer brauche ich nicht. Na dann würde ich mal sagen. Runter. Gut. Ach du Scheiße. Boom. Ging wohl ein paar Fässer. Ist runter. Boom. Ging wohl ein paar Fässer. Boom. Ging wohl ein paar Fässer. Schade. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Hier können die mir nix. Gare nix. Gut. Der war jetzt dumm. Eigentlich dachte ich ich könnte während ich da grab schon nochmal den ganzen. Aber ne. Ja man. Shotgun. Hier kommt die Waffe. Der ist Big Daddy. Juhu. Krank ey. Die Schätzbücher sind auch an der ganzen Decke noch verteilt. Die Schätzbücher sind auch an der ganzen Decke noch verteilt. Boom. Oh. Ich will nicht kaputt klatschen. Wie ist er vor Ort. Bäm. Cool ich hab's trockgeklatscht. Krass. Boom. Boom. Da sind die Schätzbücher sind auch an der ganzen Decke und in die Natur. Langsam sind sie alle weg. Schiengewehr, Schrotflinte, ja, ich will es nehmen, was passiert. Hopps, die Maschinengewehr ist doch voll. Ich habe nur keine Granaten mehr auf die Klebe. Oh, das sind auch normale. Ja, das sind keine normalen. Lachen wir mal weiter. Grenades! Tier? Kabel-Piecher. Wieso sollte ich den nicht mitnehmen? Oh, ich sehe davor nichts. Wie so ein Ding. Ah, Plasma-Granaten. Irgendwas ist da vorne. Oh. Oh, ich sehe es, ich sehe es. Die Wichser sind da wieder. Sie machen gut, Aua, Aua. Wovon ist wieder so ein Teil. Dafür muss ich jetzt aber gleich mit Plasma-Granaten rein. Ja, darf ich denn mal was sehen? Danke. Hallo. Ich habe eine Plasma-Granate auf dich geschmissen. Du hast kaputt zu gehen. Ich sage, du hast kaputt zu gehen. Ja, schieß mich da oben ruhig ab. Habe ich kein Problem mit. Endlich erst weg. Oh, geil. Ich bin gleich tot. Ich habe ja auch nie irgendwo was zur Thermal-Energie-Wiederherstellung. Synophornik darf abdanken. Ich glaube irgendwie nur das Plasma-Dinger nur ein Kurzschluss verursachen. Darauf habe ich irgendwie keinen Bock. Scheiße, Mann, das sind ein bisschen viele da hinten. Irgendwo habe ich ein Thermal-Ding übersehen. Irgendwo. Und jetzt darf ich wieder abkangen. Dann darf ich den ganzen Chats wieder von vorn machen. Okay. Ich bin da gerade so ein bisschen selber vernichtet. Hier, hier. Es ist kaputt. Und ich auch. Ich Idiot. Na egal. Mission gescheitert. Ja. Wiederholen. So, ne. Ja, egal. 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 Besser als gar nichts. Erstmal muss der Jo mit dem scheiß Rackenwerfer weg. Danke. Danke, da ich nochmal was sehen kann. Ein bisschen verworfen. Granaten dringend. Hallo. Nicht mit der Klädenwerfer werfen lässt. Ah, 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 ah. Ganz böse. Ja, geil, dass ihr jetzt da überall bei mir seid. Finde ich ganz, ganz prima. Nicht. Frisst Granate. Ich flieg nicht mehr so weit. Ich bräuchte ein Sturmgewehr. Oh. 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 Was ich aber wie gesagt nicht habe. Was ich aber wie gesagt nicht habe. Ja, er ist kaputt. Und dahinten kommt noch Nummer zwei. Ach, leck mich doch alle. Ey, ganz Ernte. Ganz, ganz Ernte. Kein Bock mehr. Oh, lol, wie viele hier sind, ey. Das ist doch unmöglich zu schaffen. Arbeiten wir uns einfach mal vor. Ich meine, ich bin ja so allmeitig, ich kann ja einfach durchrennen. Ah, Anko, was auch immer wie die Viecher heißen. Auf jeden Fall kommt sie mir gerade recht gelegen. Damit habe ich nämlich keinen... Wuff. Wuff. Ich wenigstens keine Probleme mehr mit. Ich weiß nicht, die sind jetzt ernsthaft hier rum, oder? Ne, aber irgendwas... Äh, okay. Irgendwas macht hier ganz böse Aua, Aua. Alles geht auf mich wohl, ne? Hier frisst Granaten. Kein Bock mehr. Du bist auch noch da, du Arsch. Hier frisst Granaten. Huuah. Huuah. Huuuh. Alter, ihr kriegt das Vieh nicht kaputt Scheiße Oh, ich hab das R gefunden Muss ich nachher noch einsammeln Wieso greifen selbst die Akruiden mich an? Ganz Ernte Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt Ich nenne das jetzt erstmal so Danke Danke, dass ich gefallen bin Bitte nur einen Arm am Tag Schmerzen zufüllen Und Leute, da ist nicht weiter Nicht, da ich hier nicht Das Vieh muss einfach nur weg Ist es wenigstens gleich auch Genau, roll dich hier hoch Nein, nicht hoch Wollen wir mich verarschen oder Da kommt immer wieder ein neuer was? Ne, das ist einfach nur so ein Typ mit einem Arkeenwerfer Lalalala, ich schütze aber nur in eine Richtung Sie laufen alle in die Ecke Und tönen sich damit Just die So, endlich haben wir das Vieh weg Das ist aber auch beseitigt Und es leckt Und es leckt Jetzt hole ich mir erstmal die Thermalenergie Und das R Ne, ne Wo 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 Da Oh, ne Ne, Leute Könnt ihr erstmal knicken Ich Nimm mir das Teil Denk nicht mal dran Hier hoch Er ist hier hochgerollt Ganz Erntejunge Knicken Danke, nur noch einer Das war's Der Knopf Der war's Gut, jetzt lass mich erstmal in Ruhe die Munition aufheben Endlich geschafft, ey Maschinengewehr, Schrotflinte Schrotflinte bitte Na schade, die haben nur Maschinengewehr Ich hab gedacht, die haben jetzt ein Dingens Dabei Na egal Lass mal jetzt weiterlaufen Wo Wahrscheinlich hätte ich jetzt einfach nur weiterrennen können Und hier wäre wieder so ein Teil gewesen Wart Böser Baneling Macher Was ist das? Schengengewehr Oh, ich darf das Ding vielleicht zum Bewegen bringen Ist ja schön Irrt Ähm, dann bewegt es sich Oh, Leute Aus Ich dürfte nicht Ne, die hinterlassen Thermalenergie Wieso sind Diese Viecher auf deren Seite Ganz Ernte Ich will mich vielleicht da drauf schießen Okay Was muss ich machen? Ähm Kann ich irgendwie meine Ziele angucken? Ähm Springen dann zum Gehen Kriechen Bla, 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 bla Ähm Enter 3 D D D Nö Die auch nö Geil, ich würde jetzt gerne nochmal meine Ziele angucken Aber irgendwie geht es nicht Da machen wir es eben auf die andere Art Gucken wir zum Game Controller Ich sehe die Karte Ist ja schön Jetzt will ich nur noch gerne wissen NPC Einstellung Ich muss Ähm Nein Das war Ich würde die Kontrolleinstellung gucken Ähm Ähm Scheiße Ach, ist egal Drohle wieder aus Muss uns das da tun Nehmen Und uns wieder beschießen lassen Würde ich mal sagen Also kann sich auch runter Ah War klar, dass ich das fette Viech nicht zu bewegen kriege, wenn ich das hier bewegen muss Welche explodierenden Ähm Och nö Lass mich ran, ich bin tot Jep Ich bin tot Ok Gut zu wissen Und wehe Ich darf jetzt wieder Ah Schon mal da Hm Wieder weggeschmissen Hups Bumm Buff 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 Und ich sag nur eins Diese Viecher Werden vorher getötet Dann explodierst du Danke Ok Ich treff den gar nicht aus der Entfernung Scheiße Wie muss ich immer so nah ran zoomen um die zu treffen Kann ich die überhaupt treffen Nicht wirklich Am Pro Bieren was einfach nochmal Wieso Wo war der denn jetzt schon wieder, hm? Ach Die zwei ich auch was ich hier machen soll Pfff Ich bin auch Ich bin eine Currywurst Auf Doom Wollen wir jetzt zwei Striche für Ah, Soldaten Stiert Schneepiraten Ich werde euch vernichten Hups Jaja, bin ich doch immer Nichts Sehr vorsichtig Bin ich doch Uh Als erstes Geht mich das Teil Oh Meine Hand tut mir weh Gib mich Controller wieder Was ist das? Ein Laserschwert Ah ja Autsch Tut die weh Na dann Montieren Laserschwert Doppelsprung Rohrsprung Nebelwand Ok Guck ich einfach mal auf Das scheint ja Rohrsprung zu sein Dann ist das hier Eine Nebelwand Das ist interessant Das scheint ja Rohrsprung zu sein Ich kann selbst doppelspringen Ich kann selbst doppelspringen Schüsse Ich bin wie auf dem Kontrolle rumgestiegen Denn meine Hand tat mir irgendwie Bische weh Oh, jetzt war hier was Die mit explodierenden meinen Das war die Hoffnung Warum ich ein Laserschwert gekriegt habe Das war die Hoffnung Das Läsertdingens kann einfrieren. Flapp mich! mega jahre jahre über und jetzt muss ich wieder aufsteigen von schlupfen zu biedern vorgegängst es geht angeblich in guter Und dann? Ja, schon klar. Ich weiß, ob es irgendwie nach oben hinkommt. Bla, bla, bla. Ich habe das doofe Gefühl, dass mir dabei irgendwas... Oh, das meinen die mit abrutschen. Steine. Sehr viele Steine. Wie gesagt, Kontrollerstörung geht immer noch sauber da. Na dann, wie kann ich mal sagen. Das was man nicht. Ich werde normalenergie holen. Nö, das war es echt nicht. Oh, ich habe noch was gefunden. Was man also findet, wenn man ein bisschen guckt. Guck. Ah, Laserschwert. Nö, habe ich ja schon. Oh. Ich darf die ganze Scheiße mal aufkramen. Oder ich mache es einfach mal auf die ganz andere Art. Ich mache einen Spotjong. Und das war sogar noch richtig. Sieht mir ein bisschen verdächtig nach Boss aus. Mann, bin ich Knut. Lass mich ran. Vielleicht kommt das fliegende Viech. Oh, man bin ich gut. Nicht. Das ist deine ernstzunehmende Situation. Aha, mit weg. Ah, warte mal. Ne, keine Ahnung, mit welcher Taste ich das jetzt. Also, ich habe es weggemacht mit einer, aber ich habe keine Ahnung. Ja, bleib in Bewegung, sagst du mir, Junge. Was zufällig aber etwas schwer ist. Komm, bleib stehen, Junge. Bleib stehen. Oh. Äh. Hi. Du wickst dich für meinen Geschmack etwas zu schnell. Dann bist du bitte langsamer werden. Nja. Komm her. Wo bist du? Egal, was er jetzt macht. Das wird mir nicht gefallen. Aber ich habe das Richtige getan. So, hat es mir doch gefallen. Scheiße. Boah, wieso bin ich ausgestiegen? Oh, fuck. Shit. Das ist nun sehr uncool. Keine Thermalenergie mehr gehabt. Krass. Keine Thermalenergie? What the fuck? Ich bin alle in einem Kampf hier verloren. Oh, da ist das Licht. Ich sollte früh genug wieder Thermalenergie holen. Ja, früher springen wir jetzt auch getan, ey. Eine vernünftige Waffe. Naja. Lauf! Nicht aussteigen! Reingehen! Ich habe schon 400 Thermalenergie verloren. Oh, während ich in einem Ding drin sitze, verbrauche ich viel mehr Thermalenergie. Ne, Junge. Ich steige aus. Ich steige aus. Ganz ernte. Okay, lass mich wieder rein. Anders kriege ich den Boss nicht dauernd. Ich habe jetzt schon ein Drittel der Thermalenergie verbraucht und bin nicht wirklich weiter. Genau, bleib so stehen, wo ich dich nicht sehen kann, Arschloch. Boah, ja gut, das füllt die Thermalenergie wenigstens gut auf. Ich gucke von 1200 auf. Ja, ungefähr 500 füllt so einen Teil auf. Na, ich sehe, ich weiß ja schon, was du machst. Komm! Ah, noch schnell genug hingekriegt. Geh mich mal im Raketenwerfer. Boom, haut der rein. Alter. Alter. Äh, ja, ähm. Darf ich den auch noch mal sehen? Wo hoffe ich eigentlich den Super-Jumpion mit Dex? Piu! Ah, Notausstieg, Notausstieg, Notausstieg. Lauf! Autsch. Jetzt habe ich nur noch eine Hoffnung. Na, da steht noch ein zweiter. Ja, meine Hoffnung verschwindet gerade im Dauerfeuer von diesem Scheiß-Fiech. Ich laufe einfach im Zeck-Zack. Autsch. Ja, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Jetzt, wenn momentan nur eine Knarre dran ist, besser als Mensch zu kämpfen. Au, meine Thermal-Energie verschwindet. Oh, Mann! Steuerung! Ganz ernsthaft. Aufheben! 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 Das ist noch ein bisschen blöd. Ey, dieses Spiel will mich verarschen! Der soll das auf den zweiten Slot nehmen! Geil, das Spiel macht mich hier gerade am losen. Jetzt schieße. Schießen mit der Schrotwaffe, wenn du schon zu blöd bist, um nichts anderes zu tun. Ich kriege auch keine Thermal-Energie mehr, der Gegner fliegt auch wieder wie ein Irrer rum. Bomb drunter, ich bin voll genäher vom Spiel! Ja, geil. Betrauende Thermal-Energie, ich drücke doch Notausstieg. Meine Fresse, ne. Ich kann merken, ich bin volle Kanne gearscht. Ich habe viel zu wenig Thermal-Energie. Viel, 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 viel zu viel. Und ich kriege immer noch einen auf der Fresse. Ach, läpp mich doch, du scheiß Hippie! Ey, woher habe ich die Thermal-Energie auf einmal her? Keine Ahnung, aber ich finde es gerade gut. So, habe ich hier irgendwie so einen Teil zum Aktivieren übersehen? Denn ich kann den Gegner nie aufhorten. Ah ja, genau. Hau mal hier gegen. Komm, Enterhaken. Danke, jetzt ist zu spät, Wichser. Ey, was für ein abgefickter Penner. Ja, lass dich treffen. Komm, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh, wie geil der Wichser verfehlen kann. Ich lobs nicht. Komm, Junge, ein Schuss nur noch. Ein Schuss. Ja. Ja. Es ist tot. Aber ich gleich auch. Junge, lass es sterben. Ich bin gleich tot. Oh, scheiße, Mann. Wenn das nicht mal eine kurze, aber richtig beschissene Mission ist. Kurze in der Länge, versteht sich. Geil, Meteorohr habe ich nicht. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.